Mein Name ist Guido Brombach, ich bin einer der Mitkonzeptionierenden an dieser Webseite Aktionstage Politische Bildung und möchte Ihnen heute den ganzen Bereich der Veranstaltung Suche vorstellen, die schon in der ursprünglichen Konzeption mehr als nur eine Suche sein sollte. Wir hatten immer überlegt, was die Aktionstage-Webseite gleichzeitig auch eine repräsentative Datenbank sein könnte, um zu erfahren, wie ausdifferenziert politische Bildung stattfindet. Dazu möchte ich Ihnen heute vor allen Dingen diesen Menüpunkt Veranstaltung ein wenig näher bringen. Beginnen tun wir mit dem Veranstaltungskalender. Der Veranstaltungskalender ist eigentlich so eine Art chronologische Sortierung aller Seminare, die innerhalb der Aktionstage, dieses Aktionstagezeitraums also zwischen dem 5. und 23. Mai in diesen 21 Tagen oder auch drei Wochen gemeldet wurden. Insgesamt sprechen wir von, heute Morgen waren es noch 173 Veranstaltungen, äh 273 Veranstaltungen, also relativ vielen. Und wir haben hier die Daten so aufbereitet, dass sie von Menschen genutzt werden können, die sagen, ich möchte gerne eine Veranstaltung besuchen am 15. Mai. Was gibt es denn da so in Deutschland? Und dann kann man sich hier den 15. Mai genauer ansuchen, also sozusagen da rein zoomen und sieht, da gibt es insgesamt diese ganzen Veranstaltungen. Sie sehen, das ist eine ganze Reihe. Einige dieser Veranstaltungen haben auch schon früher begonnen, also vor dem 15. Mai sind also eigentlich Veranstaltungen, die über einen längeren Zeitraum gehen. Und diese Veranstaltungen lassen sich aber noch viel präziser filtern. Dafür haben wir eine Suchmaske eingerichtet, die unter dem Menüpunkt Veranstaltungen suchen zu finden ist. Hier ist es so, dass wir eine ganze Reihe von Filtern definiert haben und vorgesehen haben, dass sie, oh, es sind schon 277 Veranstaltungen, dass sie Veranstaltungen nicht nur in einer Liste, wie hier unten zu sehen, finden können, sondern darüber hinaus auch noch auf einer Karte verortet, die Veranstaltungen angezeigt lassen, anzeigen lassen können. Die Filter selbst richten sich, sagen wir mal, so an klassische Veranstaltungsfilter, also Art der Veranstaltung, Thema, Zielgruppe. Das sind alles Kategorien, zu denen die Veranstalter, die die Veranstaltungen gemeldet haben, vorher präzise ihre Veranstaltungen zugeordnet haben. Es gibt so ein paar hilfreiche Spezialfilter, also wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, welche Veranstaltungen sind eigentlich in meiner Nähe, dann kann man mit hier unten dieser Umkreissuche arbeiten. Ich habe jetzt hier mal die Postleitzahl von Hattingen, den Ort, an dem ich arbeite, angegeben. Und wenn man dann nach Veranstaltungen sucht, bekommt man die hier auch angezeigt. Wie man sieht, sind es eine ganze Menge und ich bin selbst immer überrascht, wie viel im eigenen Umkreis eigentlich so stattfindet. Jetzt kann ich mir die Ergebnisse auf einer Karte anzeigen lassen. Das zeige ich Ihnen mal als nächstes und sehe jetzt erst einmal eine große Deutschlandkarte. Wenn ich jetzt nur die Veranstaltungen in meinem Umkreis sehen will, dann würde ich, weil die hier noch geklastert sind, die Veranstaltungen aufgrund der Höhe, mal ein bisschen tiefer gehen und sehe dann, offensichtlich ist eine Veranstaltung in Essen, eine in Gelsenkirchen und eine weitere, was ist denn das hier, kann man jetzt stadtmäßig gerade nicht erkennen, eine weitere auf jeden Fall hier. Und dort sieht man jetzt, was für Volkshochschule Mahl. Das war also der Ort Mahl. Dort hat die Volkshochschule drei Veranstaltungen gemeldet, die man jetzt hier einsehen kann. Grundsätzlich kann man aber immer auch noch eine Liste aller Veranstaltungen sehen. Und Sie können selbst einfach mal so ein bisschen hier mit diesen Filtern rum experimentieren. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, von diesen elf Veranstaltungen, die da gefunden wurden, zeigt doch bitte mal diejenigen an, das sind jetzt natürlich nur noch relativ wenige, die ein Seminar sind. In der Hoffnung, da gibt es dann immer noch sechs Veranstaltungen, die in meiner Nähe sind. Oder ich sage, ich hätte ganz gerne irgendwie sowas wie einen Vortrag. Ich gebe mir die doch am besten noch mit dazu. Diese Suche hier unten funktioniert immer additiv. Das heißt, wenn ich hier mehrere Items auswähle, wird die Suche hier oben entsprechend erhöht. Ich mache mal das Seminar weg und dann sehe ich, in meinem Umkreis finden während der Aktionstage drei Veranstaltungen statt, auf die die Beschreibung Vortrag zutrifft. Zwei davon finden in Mahl statt, in dieser Volkshochschule. Diese Veranstaltungen kann man jetzt hier auch alle einsehen. Und sollte da eine bei sein, die ich unbedingt im Kopf behalten will, dann gibt es in der Liste unter den Veranstaltungen jeweils einen Link, der heißt, zur Merkliste hinzufügen. Wenn man dort drauf drückt, wird das in der Merkliste abgespeichert. Und hier oben in der Navigation, das zeige ich Ihnen gleich auch noch auf anderen Seiten, finden Sie einen Menüpunkt, der heißt, meine Merkliste. Wenn man da drauf drückt, dann werden dort alle Veranstaltungen gesammelt, die ich in meine Merkliste gepackt habe. In dem Fall handelt es sich um diese beiden Veranstaltungen. Ich kann die hier auch entfernen. Ich kann sie auch drucken, also mir ausdrucken lassen. Das kann man vielleicht hier ganz schön sehen. Dann hat man so eine Druckvorschau. Ganz hilfreich, wenn man irgendwie sagt, naja, für heute Abend habe ich auf jeden Fall vor, da noch hinzugehen. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, diese Veranstaltungen in den eigenen Kalender zu exportieren. Dafür lädt man sich eine sogenannte ICS-Datei herunter. Und wenn man die dann öffnet, dann öffnet es normalerweise mit der standardmäßigen Kalenderansicht. Und hier kann man das ja dann in seinen eigenen Kalender direkt rein integrieren und wird dann auch zu der entsprechenden Zeit, am entsprechenden Tag daran erinnert, dass die Veranstaltung bald beginnt. Und dass man da ja unbedingt hingehen wollte. Das ist eigentlich dieser ganze Block. Ich möchte ganz gerne eine Veranstaltung finden. Hier auf dieser Veranstaltungskarte, das ist nochmal ein spezieller Menüpunkt. Wer sagt, ich möchte mich dem sowieso irgendwie auf Kartenbasis nähern, der kann auch direkt diese Filter benutzen. Der nächste unter Menüpunkt lautet Vergleichende Suche. Die vergleichende Suche gehört schon eigentlich zu den Werkzeugen, die man nicht benutzen würde, weil man eine bestimmte Veranstaltung sucht, sondern weil man eigentlich mal so ein bisschen explorieren will, welche Veranstaltungen in der politischen Bildung zu welchen Zeitpunkten stattgefunden haben. So ein Klassiker ist mit Sicherheit zu sagen, ich vergleiche die Veranstaltungen von 2013, dann würde man hier unten ja das Datum ändern, die Veranstaltungen von 2013, mit denen aus 2014, das kann man jetzt hier zum Beispiel, hat man das schon, 2013 waren es 269 Veranstaltungen, 2014, also in diesem Jahr sind es schon 277, aber es können ja immer noch Veranstaltungen gemeldet werden. Und man sieht auch, naja, offensichtlich sind die Orte der politischen Bildung in der Regel ähnliche. Wir sehen, dass in diesem Jahr vor allen Dingen der Ruhrpott, hier kann man das ganz gut erkennen mit diesen 62 Veranstaltungen, deutlich heftiger Veranstaltungen eingereicht hat als im Vorjahr. Man könnte sich jetzt genau anschauen, um welche Veranstaltungen es sich handelt. Man könnte aber auch zum Beispiel sagen, vergleichen wir doch mal die Veranstaltungen im Bereich Zielgruppe Jugend 2014 mit denen aus 2013 und stellt fest, 2013 wurden doppelt so viele Veranstaltungen für die Zielgruppe Jugendliche angeboten als 2014. Und was man eben auch sieht, dass der Norden Deutschlands im Prinzip für die Jugendbildung nahezu ein schwarzer Fleck ist. Das war aber nicht immer so. In 2013 stellt sich das ganz anders dar. All solche Untersuchungen kann man jetzt vornehmen. Man kann sich auch fragen, womit das zusammenhängt. Grundsätzlich ist die Grundgesamtheit aller Veranstaltungen zumindest in den letzten drei Jahren relativ stabil gewesen. Zumindest die, die für die Aktionstage politische Bildung gemeldet wurden. Der Menüpunkt Schlagwortwolke nähert sich der Veranstaltungsdatenbank vor allen Dingen von einer inhaltlichen Seite her. Hier ist es relativ wichtig, dass Sie einen Flashplayer installiert haben. Ich hoffe, dass mein Internet jetzt hier nicht streikt. Doch, das tut es. Also, ich gucke mal, ob ich eine alte Schlagwortwolke geöffnet kriege. Ja, so sieht eine Schlagwortwolke aus. Hier kann man auf einzelne Begriffe klicken. Je größer der Begriff, umso häufiger kommt er in den Veranstaltungen des jeweiligen Jahres vor. Je kleiner der Begriff, umso weniger finden wir diesen Begriff, als in den Veranstaltungen vorkommt. Die Begriffe sind verlinkt. Wer also auf Europa klickt, kommt auch auf eine Veranstaltungssuche von Veranstaltungen zum Thema Europa im Jahr 2013. So, dann als letztes gibt es den sogenannten Online-Aggregator. Auch der hat weniger damit zu tun, dass man dort Veranstaltungen findet, die einen interessieren. Der Online-Aggregator ist eine Art Programm, das im Hintergrund auf den Webseiten der Veranstalter politischer Bildung sucht. Und zwar kann man als Veranstalter angeben, dass man einen Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, XY-Account im Internet hat. Und das Programm sorgt automatisch dafür, dass immer, wenn dort eine Aktualisierung der Post stattfindet, dass die auf Aktionstage politische Bildung.net angezeigt werden. Das hat zur Folge, dass hier dieser Aggregator eigentlich so eine Art Live-Ticker der politischen Bildung in Deutschland wird. Und man selbst eigentlich sich ganz gut darüber informieren kann, was kommunizieren die Veranstalter politischer Bildung mit ihren Zielgruppen. Zu dem Punkt, dass die Aktionstage-Webseite mehr ist als nur eine reine Veranstaltungsfindeseite. Noch ein Punkt, Sie können unter Veranstaltungen suchen, auch die Ansicht, also Ihre genauen Filtereinstellungen empfehlen. Und in den empfohlenen Ansichten werden diese Daten dann auch angezeigt. Das heißt, wenn ich sage, alle Jugendveranstaltungen in der politischen Bildung findet man direkt hier, dann kann man diese Ansicht, also diese 77 Veranstaltungen, kann man die empfehlen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Und dann muss man nur noch beantworten, worum handelt es sich denn hier um? Veranstaltungen zur Jugendbildung. Und kann diese Empfehlung abschicken. Ah, politische Jugendbildung in Deutschland. Politische Jugendbildung in Deutschland. Und wer diese Empfehlung jetzt abschickt, wird unter empfohlene Ansichten auch diesen Filter finden können. Es lohnt sich also, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil hier eine ganze Reihe von Nutzenden ihre Suchfilter offerieren können. Man sieht dann auch immer die Übersicht über Aktionen zum Beispiel. Die Karte zeigt alle Veranstaltungseinträge, die als Aktionen klassifiziert sind, haben bisher schon 69 Aufrufe. Denken Sie sich Dinge aus, die für empfohlene Ansichten für andere interessant sein könnten. Wir freuen uns über Kommentare zu diesem Beitrag und über eine zahlreiche Nutzung dieser Webseite, nicht nur um Veranstaltungen zu finden. Ansonsten wünsche ich Ihnen erfreuliche und vor allen Dingen aktive Aktionstage 2014.